Die Nr. 6 Die Nr. 5 Die Nr. 5 Jetzt sind wir hier oben. Auf Position 2, wenn ich das richtig sehe, ist dritter Sebastian Adolian. Und dann die 6.4. Position für die 5.4. Musik in Helden. Ja und die 2. Position glaube ich wird es noch einmal spannen. Sebastian Adolian ist da relativ nah dran an Dominik Werkstätte. Und da geht es hier an Schindling. Und da bleibt jetzt hier ein Problem bei Sebastian Adolian, der wird langsamer, fällt hier zurück. Musik Musik Dominik Werkstätte also an der Spitzenposition. Und Riesenpeche für Tennishelfer in 1. Lafalia in Führung. Und jetzt gleich nach dem Start der Ausfall. Und dann Kevin Lück an der 3. Position. Riegehausen Platz 4. Grafina aus Schindling. Und dann geht es auch in die letzte. Und dann geht es auch in die letzte. Der Wetter wird da langsam auf der Gegend geraten, da mit neuer Führer, der Sebastian Ado, die an die letzte Runde läuft ja hier schon. Und er schiebt uns hier über die Sinne. Die Nummer 8, Sebastian Trapp mit Helmfarbe, Gelb, die Nummer 7, Ralf Herrhaus, Helmfarbe, Grün, die Nummer 3, Dennis Helfer und Außenmann Schwarzweiß, die Nummer 6, Sebastian Ado, Ja. Und er ist hier für mich. fella Ja 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 Mit der Elbfarbe Grün geht hier gleich in Führung. Auf Position 1, dahinter dann blau, Magnus Cecchili an der zweiten Stelle. Und vierter ist Kevin Lick und dann geht es auch schon wieder in die letzte Runde. Ja, und in diesem Dörkang reden wir auf Security in Führung. Und dann laufen auch schon wieder die zwei Minuten. So, die letzte Möglichkeit hier in diesem Lauf und Punkte zusammen, um sich zu qualifizieren unter die besten Flicks, die dann im Lauf 22 das Finale gestalten. Die Kante ist nicht von der Fenster in Führung. Die Kante ist nicht von der Fenster. Ja, leider. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.